Aber wie lächerlich... Boah, das gibt's nicht in dieser einen Runde. Aber ich muss gleich pennen. So, Bro. Ja, wieso trifft das nicht? Ich versteh das nicht, Alter, manchmal. Alter, ich stehe so weit weg, Alter, der... Das kann nicht sein, Alter. Das kann einfach nicht sein, Alter. Perfekt. Perfekt. Man, der geht immer raus, wenn der verliert, Alter. Man, der geht immer raus. Man, der geht nicht. Man, der geht nicht. Nein, was mache ich da? Ey, ich bin so ein Trottel, Alter, was ich jetzt gemacht habe. Das war das dümmste, was ich machen konnte. Den schwulen Rage, Alter. Alter, wie kann der meine Angriffe einfach wegblocken so, Alter? Was ist das für ein Scheiß? Ah, okay, das machst du. Ja! Ey, Bro, wenn du das sehen würdest, glaubst du mir, Alter, ey. Ja, als ob. Aber wie kann das sein? Jin Kazama, der schnellste Spiele, Alter. Was soll denn, Mist? Jawohl, gewonnen, Bro, Alter. Aber der wird eh rausgehen. Schwule Noctis, Alter. Oh, der hat angenommen. Der hat angenommen, ja. Der ist Fujin, Alter, ich verstehe das nicht. Der ist eine schlechte, Alter, mit dem, ich schwöre, aber... Pfff. Mit fast viel Glück, der eben gewonnen hat. Ey, Bro, mein Schlag, der immer trifft. Und genau in dem Moment trifft er nicht. Und der hat ein HP, gibt mir einen schwulen Tritt und vorbei. Das ist Tekken, Alter. Aber jetzt gebe ich dem, Alter. Ich werde nicht gegen dich verlieren, Alter. Kleine Deutsche. Ich habe ihn mit meiner Gottfest getroffen, Alter. Ja. Was? Der weicht aus? Mit diesem schwulen Schlag, Alter. Na klar. Natürlich, Harada. Was hast du noch hier mir untergeschoben? Jinkasama weicht einfach raus 2-0 für mich bro Ich kenne seinen Playstyle auch, aber der ist trotzdem so schwul, alter auf seine Art und Weise Der wird eh rausgehen, ich kenne den Naja, damit hast du wohl nicht geholfen Ja, gewonnen, Bro, wieder Der wird eh rausgehen, ich kenne den Äh, der ist angenommen Krass Wieso begegnet der Typ mir nicht früher, immer so um diese Uhrzeit, Alter Ähm, jetzt glaube ich, da wo wir vorhin aufgehört hatten Ich muss ihn jetzt glaube ich zweimal besiegen oder dreimal höchstens Ich glaube zweimal nur noch Dann bin ich wieder Juxa Rund 1 Fight Ja, klar Mein Hopke geht nicht durch, Alter Mal komm schon, Alter Das ist doch ein schlechter Scherz, Alter Leibu Long Leibu Long trifft das in die Luft, aber nicht den, Alter Nicht Jinkasama Und Jinkasama pariert mein Ultraschlag Wow Das heißt, ich brauche keine krassen Schläge mehr zu machen, hier Egal, dafür mache ich jetzt den hier Den Grab-Kombo, Alter Jawohl, der Grab-Kombo hat gesessen, Alter Da konnte er sich nicht befreien, der Lutscher Da konnte er sich nicht befreien, der Lutscher Ja, jetzt grabt er auch Die Flasche Nein Die mache ich Low-Kick Jawohl, Alter Meine Grabs kicken den und 2-0 für mich, Bro, Alter Und der ist tot Mein Grab hat ihn gefickt 3-0, Alter Bro, noch, ich glaube, 2 Male Aber der geht raus jetzt Von der Pro, ich habe den voll demoliert, Alter Hä, Noctis, was ist los? Noctis 8-7 Und der ist raus Der ist raus Verbindung wurde unterbrochen Pisse, Alter Ja Mach dir nach, weil du Balcony-Break- und Wall-Breaker Okay, ach, ich spiel mal einfach gegen den Scheiß drauf Ich glaube, der wird mich zu... Okay Wenn ich drehe hier 9 Male Mittelschrittig An Armaturen Pah Fight Halt 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 Mann Halt Wasser interpretiert Beide Was? Ey, was ist das für eine Scheiße? Was für ein Mist, Alter. Was für ein Mist, was für ein Glück, Alter. Ma, das ist ein Rotzspiel, Alter. Ach, als ob. Als ob, Alter. Mal was für ein Mistspiel, Alter. Ach, komm, Alter. 3-1 gewonnen, aber wie? Hurensohn, Alter. Verfickter Hurensohn. 500 Punkte verloren. Also, ein bisschen... Nein, 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 nicht genau in der Mitte. Ich bin... Also, mir fehlen zwei Siege, glaube ich, jetzt gegen Raijin oder so. Dann werde ich aufsteigen. Ich spiel mal einfach, scheiß drauf. Aber auf Mishima Building bin ich jetzt gegen den. Das ist auch gefährlich, weil wenn ich Hurenge in die Ecke krieg, ist das auch ein bisschen scheiße, Alter. Und das ist perfekt für Hurenge, diese Map, eigentlich. Aber egal, Alter. Ich kann nicht immer... Gegen den spiel ich einfach, scheiß drauf. Das ist ein Tekken-Charakter. Ey, Alter. Verbindung wechselt von 3 auf Dings, Alter. Wechselt die ganze Zeit von 3 auf 2. Voll langsam bei mir auf einmal. Ja, jetzt bist du perfekt sogar tot, du Bastard. Perfekt. Ehm. Jawoll, 2-0, 2-1. Was? Ey, bro, mein Hopkick kommt nicht mal durch seinen schwulen Power-Kloss. Also normaler Schlag. Ich hab ihn besiegt. Noch einmal, dann steig ich auf. Ja, der hat angenommen. Nein, nein, der ist drin. Ja, ach so, das meinst du. Ja, kann passieren, bro. Der hat mit der Rank 1500 Neutwas Siege. TKT Dr. Scotty. Ja, ich kann aufsteigen, das jetzt. Ja, ich kann aufsteigen, das ist drin. Ja, klar. Na klar. Natürlich, der ist schneller Dr. Schwanzhalter Na klar Jawohl Noch einmal muss ich gewinnen, Bro. Er steht 2-2, Alter Jetzt Was? Ja Gewonnen, Alter. Jaxa ist back Ja 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 Ja